Wer hätte das gedacht, das Ruhrgebiet lebt und zwar richtig, industriemäßig. Tolle Produkte, die man braucht in der Welt und die auch zukünftig gebraucht werden. Stichwort ist Sektorkordnung, Stichwort ist Wasserstoff. Wie soll es anders sein bei mir? Wir sind bei MAN ES, bei Maschinen Augsburg Nürnberg ES Energie Solution. So ist der richtige Ausdruck. Ich hoffe jedenfalls, ich habe Helmut an meiner Seite, den Betriebsratsvorsitzenden, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Also richtigerweise würde es heißen Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg Energy Solution SE, weil wir sind eine europäische Gesellschaft. Also wir sind bei MAN und mitten in einem Kernbereich. Wir haben heute gesehen, was man Tolles braucht, um Drücke zu erzeugen, um Flüssigkeiten zu transportieren, Chemie zu transportieren, dafür zu sorgen, dass die Grundstoffproduktion überhaupt sich vernetzen kann. Und wir haben heute insbesondere darüber gesprochen, was man tun muss, um dem Wasserstoff zum Durchbruch zu verhelfen. Auf der regulatorischen Seite, also auf der gesetzgeberischen Seite, aber eben auch, was gebraucht wird auf der gesellschaftlichen Seite. Wir brauchen einen Zugang zu diesen Themenfeldern und wir müssen voneinander lernen. Wir müssen wissen, was drinsteckt. Allzu viele Leute glauben, dass Wasserstoff schlecht ist. Lake Hurst, das Unglück, Hindenburg und so. Und da gehen die Leute nicht so gut ran. Und hier gibt es ein tolles Projekt in Oberhausen, was super vernetzt ist, was von der Kommune kommt, aber bis Europa, bis weltweit hineinstrahlt. Und ich bin total begeistert, dass ihr das macht, Helmut. Weil das ist echte Zukunftssicherung. Weil hier gibt es super tolle Arbeitsplätze, wo der Begriff super, also die gute Arbeit noch eine Rolle spielt. Mit guten Tarifverträgen, mit guten Perspektiven, aber auch mit guter Mitbestimmung. Vielen Dank, Andreas, dass du heute hier warst und wirklich dir die Zeit genommen hast, MAN Energy Solutions zu besuchen. Und wir konnten dir hoffentlich wirklich zeigen, dass wir alles haben für die Dekarbonisierung. Angefangen vom Elektrolyseur, wie du schon sagst, für den Gastransport, aber auch für die Methanisierung. Und letztendlich wirklich eine Menge dazu beitragen können, dass die Welt klimaneutraler wird. Was wir allerdings erreichen müssen, ist, dass in der Politik die Handbremse endlich gelöst wird. Wir müssen schneller vorankommen, weil ich glaube, sonst werden uns wieder die Amerikaner und die Chinesen einholen. Und deswegen meine Bitte, bring alles wirklich in die Politik, um uns zu unterstützen, dass wir hier ein bisschen klimaneutral werden. Mit guten Arbeitsplätzen, wie du es auch sagst, hier am Standort Deutschland, hier in Oberhausen. Denn für uns ist es ganz wichtig, Oberhausen hat letztendlich über 70 Prozent der Industriearbeitsplätze verloren. Und wir wollen, dass nicht auch die Letzten verloren gehen. Und deswegen bitte ich um Unterstützung. Und die hast du uns auch zugesichert. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, Helmut. In der Tat ist es so, ihr wisst das alle, ich bin unterwegs als Wasserstoffbotschafter des Deutschen Bundestages, habe das Thema immer wieder gerne bearbeitet und begleitet. Ich glaube, mittlerweile sind wir so weit, dass Akzeptanzen wachsen können. Und ihr habt hier was Besonderes vor, nämlich die Akzeptanzfrage. Ihr wollt den Wasserstoff zeigen, in einem echten Labor zeigen, sodass die Menschen auch sehen, was das für eine segensreiche Sache sein kann, die wir da vorhaben. Wir haben also hier wirklich vor, ein Wasserstoffcampus zu gründen. Der Wasserstoffcampus hat auch schon einen Namen, der heißt Hydrop. Und das Ob steht natürlich für Oberhausen. Und das haben wir hier wirklich erreicht mit Firmen hier in Oberhausen. Angefangen von OQ, von der STOAK, von der WBO, von der Emscher Genossenschaft, OQ Chemicals. Also viele Akteure sind dabei. Und ja, wir brauchen da wirklich auch nochmal die ein oder andere Unterstützung, die ein oder andere Förderung. Und dann wäre es wirklich möglich, hier ein Vorzeigeprojekt für Oberhausen und für Nordrhein-Westfalen auf die Beine zu stellen. Ich bin ja selber Betriebsrat gewesen und bin Gewerkschafter bei Verdi natürlich, weil ich aus dem Stadtwerkebereich komme. Ich kann sagen, ich habe mein Leben lang Stromnetze gebaut. Deshalb weiß ich, die Zukunft im Gas. Und wenn wir die Zukunft gemeinsam beschreiben können, ist es umso besser. Also, hat sich gelohnt. Bleiben wir am Ball und gemeinsam kriegen wir das hin. Weil nur gemeinsam können wir stark sein. Genau so. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Helmut. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.